Werner Bergengrün, der Ritter Der Graf von Suffolk, des englischen Königs Feldherr in Frankreich, hatte einen Bruder, Robert de la Pole, der ihm an Rang und Alter nachstand, um seiner Kriegstüchtigkeit und ritterlichen Art willen aber dem Älteren fast gleich geachtet wurde. Robert de la Pole, der ein gehorsamer und einfältiger Mann war, hing seinem Bruder in großer Verehrung an, wie auch viele Menschen nicht zu leben vermögen ohne eine Gestalt, an der sie den eigenen Unwert in demütiger Hoffnung messen. Robert de la Pole befehligte die Besatzung der Stadt Chargon, die von den Franzosen unter der Führung eines kriegerischen Bauernmädchens zehn Tage lang belagert und endlich am 11. erstürmt wurde. Der größte Teil der Verteidiger war getötet oder gefangen genommen. Nur in der Burg wurde noch gekämpft. Robert de la Pole stand verwundet hinter einem umgestürzten Tisch in einer Zimmerecke und verteidigte sich gegen drei Franzosen. Es gelang ihm, zwei von ihnen zu töten, aber des dritten, als eines bärenstarken und noch unermüdeten Mannes, konnte er nicht Herr werden. Der Franzose rief ihm zu, er solle sich ergeben. Der Engländer fragte, wem? Der Franzose erwiderte, mir, Renaud, einem Edelmanne. Der Engländer fragte ihn, ob er ein Ritter sei. Der Franzose erwiderte, nein. Da sagte der Engländer, ich habe gesehen, dass ihr ein tapferer Mann seid. So will ich euch zum Ritter schlagen und als dann will ich mich euch ergeben. Renaud war einverstanden, denn es musste ihm ein großer Ruhm sein, von einem solchen Manne und Bruder des Grafen von Suffolk zum Ritter geschlagen zu werden und ihn darauf zum Gefangenen zu machen. Auch dachte er an das Lösegeld, das ihm zufallen musste. Also kam Robert de la Pole hinter seinem Tisch hervor und hieß den Franzosen Niederknien. Darauf legte er ihm seinen eigenen Schwertriemen um und sprach mit großem Ernst die Worte magnanimus, ingenuus, largifluus, egregius, strenuus, welche die Eigenschaften bezeichnen, die ein Ritter haben soll und mit ihren Anfangsbuchstaben das Wort miles bilden, das ist Ritter. Als dann hob er sein Schwert, um ihm den Ritterschlag zu geben. Aber in diesem Augenblick gewann der Teufel Gewalt über ihn und statt den arglos kniehenden mit dem Schwert leicht auf die Schulter zu schlagen, spaltete er ihm mit einem kräftigen Hiebe das Haupt. Darauf vertauschte er seine Rüstung mit der des Toten und entkam unangefochten im Getümmel. An einem Waldbach wusch und verband er seine Wunden und ruhte sich aus. Dann machte er sich wieder auf den Weg in der Richtung, in welcher er das englische Hauptheer und seinen Bruder wusste. Allein, je mehr er sich dem englischen Lager und dem Grafen von Suffolk näherte, umso zögernder wurde sein Schritt. Und endlich blieb er im Walde stehen, setzte sich auf einen Stein, bedachte sich in der Einsamkeit mehrere Stunden lang, stand dann wieder auf und schlug eine andere Richtung ein. Von nun an hielt er sich bei Tage verborgen und wanderte bei Nacht, so schnell oder langsam Wunden und Rüstung es zuließen. Dabei näherte er sich von dem, was er unterwegs fand, auf Äckern oder im Walde. Als er endlich in Gegenden kam, in welchen die Bauern wenig von den Engländern wussten und nicht einen jeden kurzerhand tot schlugen, da begann er, dieses oder jenes Stück der Rüstung zu verkaufen, um sich Brot zu schaffen. Nachdem er alles von sich getan hatte, was seinen ritterlichen Stand hätte anzeigen können, nahm er unter einem falschen Namen Kriegsdienste in einem fremden Lande. Er striegelte seinem Herrn das Pferd, putzte ihm Schwert und Sporen und hielt sich in allem, wie es andere Knechte taten. Wenn er von seinem bescheidenen Solde etwas erspart hatte, so gab er es den Geistlichen und sagte ihnen, sie sollten darum Messen lesen für die Seele eines französischen Ritters namens Renaud. Einmal hörte er in einer Schenke ein verworrenes Gerücht, der Graf von Suffolk sei der Günstling der Margarete von Anjou geworden und der erste Mann in England. Er habe den Regenten Glaster gestürzt und sei von der Königin zum Marquis und endlich zum Herzog erhoben worden. Da stand Robert de la Pole still auf und ging hinaus wie ein Beschämter. Derart lebte er sieben Jahre. Dann aber meinte er, es sei nun genug der Buße für das, was er vor aller Ritterschaft vor seinem Bruder und seinem Hause gefehlt hatte. Er nahm seinen Abschied und machte sich auf den weiten Weg zur Heimat. Als er nach Paris kam, hörte er erzählen, der Herzog von Suffolk sei zu Fall gekommen und aufs Festland verbannt, während der Überfahrt jedoch auf Glasters Betreiben vom Schiffsvolke erschlagen worden. Da betrauerte Robert de la Pole seinen Bruder unter vielen Tränen und beschloss dann, sich zum ältesten Sohne des Ermordeten als dem Haupte des Hauses zu begeben, ihm seine Geschichte zu erzählen und ihm dienstbar zu sein. In einem Hafen des Ärmelmeers traf er ein Schiff, das tags darauf nach England segeln sollte. Nachdem er mit dem Schiffer über das Fahrgeld einig geworden war, begann dieser vom Herzog von Suffolk zu reden, dessen Ende noch alle Gespräche beherrschte und erregte. Der Schiffer, der den Herzog wohl einmal in seiner goldenen Rüstung durch die Straßen von London hatte reiten sehen und nichts anderes im Sinn haben mochte als eben dieses Bild, sagte er fürchtig, ja, das war ein Ritter. Dieses Wort traf Robert de la Pole so hart ins Herz, dass er die Hände vor das schamrot gewordene Gesicht schlug und kein Wort mehr sprach. So soll ich denn auf morgen einen Platz im Vorderkastell herrichten lassen? fragte schließlich der Schiffer. Es ist nicht nötig, erwiderte de la Pole und ging davon. Er kehrte um, nahm abermals Kriegsdienste und ist endlich als ein unbekannter und namenloser Knecht gefallen und es ist wunderlich und nur mit seiner Einfalt und Geratherzigkeit zu erklären, dass er nie inne geworden ist, was doch jedes Kind wusste, dass nämlich sein Bruder, in welchem er den strengsten und leuchtendsten Spiegel aller Rittertugend ehrte, in Wahrheit ein schlauer und ränkesüchtiger Mann gewesen ist, der unbedenklich Ritterwort und Eid brach, wenn das seinem Vorteil und Aufstiege dienen konnte. Sollte 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 Sollte